Ah, das ist clever! Er zieht durch! Phänomenal! Was ist das denn bitte für ein Tor? Was ein Treffer! Hier kommt die Hereingabe. Oh ja, der wird doch nicht! Ja, der ist drin! Die Rufe der Fans wurden erhört. Da ist der Pass. Direkt abgezogen. Das sieht hier nach dem entscheidenden Moment aus. Er zirkelt ihn rein. Nein, so nix! Das ist gut gemacht. Ein feiner Pass. Und gleich wieder zurück. Abschluss! Was für ein Hammer! Der Moment der Wahrheit. Für ihn, fürs Team und für die Fans. Und Karl Held! Er ist der Matchwinner! Vorcamp! Abschluss! Ab jetzt darf keiner mehr daneben gehen. Sonst ist es aus. Sonst ist es drin! Die Party ist eröffnet. Den nimmt der Volley. Das könnte der entscheidende Treffer gewesen sein. Da kommt die Flanke. Abgewärt. Das ist Schorby Alonso. Elegant! Dieser Alonso! Dieser Schorby Alonso! Welklasse, wie er ihn da stehen lässt. Das ist die Möglichkeit! Es passiert jetzt allem noch die Krone auf! Ein Ball nach vorne. Kopfball und Tor! Wird er der Held des Tages! Die Party ist eröffnet! Die Party ist eröffnet! Die Party ist eröffnet! Der Einsatz also für den Denkanten. Dass der Hangtelang auch so schwer. Die Party ist eröffnet! Die Party ist eröffnet!